Nächster Tagesordnungspunkt ist die Fraktionsrechtsstellungssatzung im Tagesordnungspunkt 18. Hier sind mir, oder erst einmal Einreicher, möchte es eingebracht werden? Nein? Dann habe ich eine Wortmeldung sicher aus den Fraktionen, das ist Herr Wirz, der sich angemeldet hat. Fraktionsrechtsstellungssatzung, steht doch bei mir hier drin, dann steht gegebenenfalls ja schmählich, aber auf jeden Fall bei für die Fraktionslosen, Herr Krien. Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, als ich noch sah, noch mehr Regen, hatte ich schon Sorge, dass mir jemand die Pointe wegnimmt. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, schauen Sie doch mal auf die Stellungnahme der Verwaltung. Herr Dr. Lahmes, Ihr Name steht darunter. Insofern halten Sie Ihren Kopf dafür hin, was Ihnen irgendwo ein Schluterlöffel aufgeschrieben hat. Es mag ja vielleicht Ihr innigster Wunsch gewesen sein, dass die zwei Piraten sich der SPD-Fraktion anschließen. Das ist aber nicht so, Sie sind Herrn Schollbach auf dem Leim gegangen. Und deswegen ist, wenn Sie dort mal in die Satzung hineinschauen, in der Mitte, in der Tabelle, ist falsch, wenn da steht, SPD-Fraktion, elf Mitglieder. Das nur so als Hinweis. Aber Sie müssen keine Sorge haben, der Herr Weller wird es sicher nicht schreiben, seine Zeitung gehört Ihnen ja oder Ihrer Partei zu fast 40 Prozent. Der andere Fehler, die FDP-FB-Fraktion wird dort mit sechs Personen angegeben. Naja, es kann sein, der Herr Karpot wird jetzt gierig, wenn er sieht, es gibt so viel Geld und tritt euch bei. Kann alles sein, ja. Dass keiner von Ihnen das gesehen hat, aufgestanden hat und hat gesagt, das ist falsch, hier ist ein Fehler drin. Das wirft ein bezeichnendes Licht darauf, wie intensiv Sie Vorlagen lesen. Sie haben nun hauptamtliche Mitarbeiter und Sie wollen doppelt so viele hauptamtliche Mitarbeiter haben. Aber Vorlagen genau lesen, das machen Sie nicht. Glaubt jemand, dass durch die neue Finanzierung der Fraktionen die Stadtratsarbeit qualifizierter wird? Meine Damen und Herren, ich glaube es nicht. Danke. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer den zustimmen möchte, bitte ums Handzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltungen. Bei zwei Gegenstimmen keine Enthaltung und 59 Ja-Stimmen ist das auch so angekündigt.